Willkommen in der letzten Session hier im Delphi. Kommt hinein, kommt hinein, macht die Tür nicht ganz zu, sonst quietscht sie zu sehr. Genau so, ist richtig. Wunderbar. Hallo Tobias, liebes Publikum, ich darf euch Tobias vorstellen. Tobias ist aus der ehrenamtlichen OSM-Community und Tobias wird uns heute ein wenig dazu erzählen, wie OSM eventuell nicht nur die Verkehrswende begleiten kann, sondern auch beschleunigen. Tobias, Bühne frei für dich. Vielen Dank. Ja, willkommen zu meinem Vortrag mit OpenStreetMap, die Verkehrswende beschleunigen. Ich bin Tobias Jordans, ich war mal UX-Designer und dann Produktmanager und jetzt bin ich Programmierer. Ehrenamtlich bin ich bei der OpenStreetMap-Community aktiv und sehr interessiert daran, den Klimawandel abzuschwächen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute mit euch über OpenStreetMap und die Verkehrswende sprechen möchte. Es geht mir darum, unsere Mobilität schneller umzugestalten, klimafreundlicher zu machen und menschenfreundlicher. Es gibt da vieles, was uns in der Verkehrswende zurückhält und einiges davon liegt außerhalb meiner Kontrolle. Das sind dann Gesetze, das sind Verwaltungsprozesse. Aber, und anderes ist auch schon gut besetzt, das sind dann aktivistische Sachen wie Mahnwachen, Demonstrationen. Aber es gibt auch einen Bereich, wo großer Mangel herrscht und wo wir als Community niedrigschwellig helfen können und das sind Daten. Das können zum Beispiel sein, Daten zu besorgen, um fehlende Radnetze zu planen, also Daten für die Planung heranzuholen. Das können sein, Daten zu nutzen, um Analysen raus aus der Einzelmaßnahme hin zur Flächendenke zu bringen. Und das können Daten sein, um sichtbare Mängel sichtbar zu machen. Das Zentrale dabei ist, wir müssen, wenn wir das als Community begleiten wollen, die Daten halt gemeinsam irgendwo ablegen und geteilt ablegen. Dafür brauchen wir eine offene Datenbank und das ist aus meiner Sicht OpenStreetMap. Bevor ich jetzt Beispiele zeige, wie wir alle aktiv werden können, schnell noch eine kurze Einführung. Was ist OpenStreetMap? OpenStreetMap ist 2004 gegründet, ist eine freie Weltkarte unter ODBL-Lizenz und funktioniert im Wiki-Prinzip. Also ihr könnt auf OpenStreetMap.org gehen, oben links auf Bearbeiten und Loslegen, wie bei jedem Wikipedia-Artikel. Es gibt acht Millionen OpenStreetMap-Accounts, also eine große Nutzerschaft an Beitragenden, potenziellen Beitragenden. Und die Datenbank basiert auf sogenannten Tags. Ein Beispiel für eine Tag wäre hier Barrier-Bollard, also der Poller in der Verkehrsende. Und was ist OpenStreetMap? Ansonsten neben einer großen Datenbank, es ist auch eine Community, nämlich eine große Gruppe an Menschen, die halt dieses Projekt gemeinsam entwickeln. Es ist eine große Sammlung an Werkzeugen, die man braucht, um so etwas Komplexes wie eine gemeinsame Datenbank zu bearbeiten, anzuschauen. Und es ist eine große Sammlung an Visualisierungen. Wenn ihr auf OpenStreetMap geht, seht ihr den Standardkartenstil hier vom Mathematikgebäude. Aber um nochmal zu betonen, es ist nicht nur diese eine Karte, es gibt andere Kartenstile. Hier einer zum Thema Radverkehr, hier einer zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Und wenn ihr hier vorne auf diesen kleinen Pfeil klickt, dann seht ihr all die Daten, die dahinter stecken, was hier in der Region, wo wir gerade sind, eine ganze Menge ist. Es ist also OpenStreetMap kein Ersatz in irgendeiner Form für Google Maps. Und die Website ist auch nicht dafür gedacht, sondern es geht darüber hinaus. Was kann jetzt OpenStreetMap für uns in der Verkehrswende-Community sein? Das kann unser gemeinsamer Ort sein, wo wir Daten zu Rad- und Fußverkehr ablegen. OpenStreetMap liefert uns dafür das Tooling. Es liefert uns dafür aber auch Standards bei der Erfassung. Und also zum Beispiel, wenn es um das Thema Parkplätze geht, vielleicht habt ihr gestern den Vortrag gehört von Alex und Lars zum Thema Parkplatzauswertungen auf Basis von OpenStreetMap. Und es hat eine große Chance, dass wir eine Analyse machen für unsere Stadt, für unsere Straße und die Daten halt da ablegen, aber die gleichen Daten halt genutzt werden können für eine Auswertung auf Landkreisebene, auf Landesebene, auf Weltebene. Alle Daten, die wir in OpenStreetMap eintragen, sind außerdem dann nicht nur für uns in der Verkehrswende interessant, sondern alle anderen Nutznießer von OpenStreetMap im Fahrradbereich, wie das beispielsweise Komoot, die auf diese Basis, auf diese Daten zugreifen, profitieren auch davon. Es gibt ein paar Sachen, die nicht in OpenStreetMap gehören. Das sind vor allem Dinge, die subjektiv sind, irgendwie in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen. Aber alles, was quasi öffentlich verifizierbar ist, also wenn ich das heute mappe und jemand kommt morgen vorbei und der sieht das Gleiche und kann das bestätigen, dann ist das sehr gut geeignet für OpenStreetMap. Und eine gute Faustformel ist auch, wenn wir uns schon auf Tags geeinigt haben, also auf eine Art der Erfassung, dann ist es auch ein klares Signal dafür, dass es für OpenStreetMap geeignet ist. Jetzt würde ich euch gerne Beispiele zeigen und jeweils auch betonen, wie ihr mitmachen könnt. Das erste Beispiel greift nochmal zurück auf den Vortrag von gestern, den ihr euch gerne im Anschluss nochmal angucken könnt. Ich gehe da jetzt nur im Schnelldurchlauf durch. Es geht um das Thema Parkraum. Wir haben da vor zwei Jahren in der OSM-Community hier in Berlin ein Projekt gegründet, wo ihr jetzt aus OpenStreetMap generiert Informationen zu parkenden Autos findet. Und das ist insofern ein schönes Beispiel, dass es zeigt, was da für ein Potenzial drin steckt. Das ist ein Datensatz. Wenn wir unsere Straßen hier entlanglaufen in Berlin, dann sind parkende Autos ein sehr prominentes Element der Straße. Da könnte man denken, da wird es auch eine Menge Daten zu geben. Dem ist aber nicht so. Weder Bezirke noch andere Institutionen haben meines Wissens dafür Daten. Aber wir können die ranholen in OpenStreetMap. Wir können die erfassen. Und wie kann das dann aussehen? Ach, falsche Software. Wir haben in OpenStreetMap ein Straßennetz mit einer Kreuzung. Und wir können in OpenStreetMap mit sogenannten Tags erfassen, hier kann man parallel parken. So, jetzt wäre dieser Datensatz natürlich relativ ungenau, weil hier ist ja eine ganze Menge an Parkraum, der in Wirklichkeit nicht genutzt wird. Aber jetzt kommen die Stärken von einer Software zu tragen. Man kann das weiter prozessieren. Man kann sagen, eine Kreuzung darf nicht geparkt werden. Das können wir also ausstanzen. Man kann sagen, Einfahrten, da darf man eigentlich nicht parken. Die kann man also auch ausstanzen. Das sind wiederum Daten, die wir auch in OpenStreetMap erfassen können. Da freuen sich dann Amazon Logistics drüber, weil sie dann wissen, wo sie reinfahren können für euer nächstes Paket. Wir können natürlich explizit auch Parkverbotszonen erfassen und entsprechend ausstanzen. Aber auch alle möglichen Sekundärinformationen, Fußgängerübergänge aller Art oder Bushaltestellen kann man auf diese Art und Weise erfassen. Und wir haben dann eine Menge Stanzungen. Und im Post-Processing haben wir dann am Ende einen guten Datensatz zu Parkraum. Das ist etwas, was wir gerade in einem Team auch weiterentwickeln. Und wo ihr mit einer Software, die diese Woche ein sehr schönes Update bekommen hat, nämlich StreetComplete, halt eure Gegend auch sehr komfortabel erfassen könnt. Hier ist ein Screenshot davon. Ihr klickt die Straße an und könnt dann hier unten in dem Feld auswählen. Werdet da durchgeführt und könnt angeben, wie man das erfasst. Das ist ein schönes Beispiel, warum es sehr wichtig ist, auf dieses Ökosystem an Tools zurückzugreifen, weil die Realität ist komplex. Und entsprechend ist auch das Tagging von OpenStreetMap für einige Datensätze komplex. Aber mit Software wie StreetComplete wird es halt gut managbar, auch beim nächsten Spaziergang, den ihr dann macht. Unter parkraum.osm-Verkehrswende findet ihr noch mehr Informationen. Und wir haben da auch ein Meetup monatlich, wo wir uns über diese Themen austauschen. Jetzt muss ich mal meine Notizen wiederfinden. Das nächste Thema, was ich euch gerne zeigen möchte, ist Radnetzplanung. Ihr stellt euch mal vor, ihr seid eine Kleinstadt, eine Kommune, die möchte ein Radnetz planen oder die möchte die Radinfrastruktur verbessern. Dafür braucht ihr im besten Fall ein Radnetz, um strukturiert planen zu können, wo welche Maßnahmen ergriffen werden. Und das ist für kleine Kommunen eine anspruchsvolle Sache. Da würde normalerweise ein Ingenieurbüro beauftragt, das dann für gutes Geld halt ein Radnetz plant. Wir können da aber als Community über OpenStreetMap eine ganze Menge sehr gute Daten liefern. Und das würde ich euch gerne jetzt mal zeigen. Hier sehen wir schon im ersten Bild, hier sind Orte, die kommen aus OpenStreetMap. Hier seht ihr die Flächen in Rot und in Blau. Das sind gewerbliche und Wohngebiete. Das sind Basisdaten zusammen mit POIs, also wo sind Geschäfte hier, wo sind Gewerbegebiete. Das sind Basisdaten für die Radnetzplanung im Sinne von Start- und Zielpunkten. Da würde man jetzt anfangen und sagen, okay, hier sind Verbindungslinien, hier möchten halt Leute fahren. Dann kann man auch weitere Daten aus OpenStreetMap einblenden, nämlich Barrieren für ein Netz, sei das eine Autobahn, ein Fluss oder ein Flughafen. Also Dinge, wo ein Radnetz mal eher Schwierigkeiten hat, mal durchzukommen. Dann kann man touristische Routen, die es ja häufig schon gibt, drüberlegen und sich anschauen, wo steht jetzt schon mindestens ein Schild zur Radinfrastruktur. Dann kann man sich Daten anschauen zum Thema Oberflächenqualität. Hier visualisiert jetzt nur schlechte Oberflächenqualität, aber die Daten würden auch die gute zeigen. Man kann sich natürlich das Bestandnetz abbilden, das sind alles Daten, die wir etabliert in OpenStreetMap erfassen können. Wir können uns Geschwindigkeiten anzeigen lassen, jetzt hier in grün, ich glaube alles unter Tempo 30. Und dann kann man sich Straßentypen anzeigen lassen, auch in Datensatz, der aus OpenStreetMap gut ableitbar ist. Alles Daten, wenn wir uns das jetzt vorstellen, in einem Workshop ein Radnetz zu entwickeln, diese Datenlayer sich im Detail anschaut, kann man damit ganz hervorragend eine Netzplanung machen. Und ja, ihr seht, hier werden es natürlich schon wesentlich mehr Daten, die man dafür erfassen muss und die Tools dafür sind auch vielfältiger. StreetComplete ist auch hier wieder eine sehr gute Wahl für viele dieser Datensätze. Aber wenn man als Community halt in seinem Landkreis Daten für ein Radnetz ranholen will, dann ist OpenStreetMap dafür eine sehr gute Basis. Und ein Thema will ich nochmal hervorheben, weil wir für so diese Radnetzplanung auch eine Menge an Sekundärdaten nutzen, die erstmal nicht primär, sage ich mal, verkehrswend relevant sind. Also zum Beispiel diese farbigen Flächen zum Thema Geschäfte. Ich würde jetzt nicht direkt auf die Idee kommen, für eine Radnetzplanung Geschäfte zu erfassen irgendwo, aber die sind ja schon erfasst. Das ist ein anderer Datensatz in OpenStreetMap, den andere Menschen für uns erfasst haben, den wir hier mitnutzen können. Ja, Tooling, StreetComplete, wie gesagt, ist da wieder ein guter Kandidat, aber auch der ID-Editor im Browser oder für iOS-Nutzer GoMap sind Tools, die ich empfehlen kann. Es gibt noch weitere, aber wenn ihr einsteigen wollt, kann ich euch die ans Herz legen. Mein nächstes Beispiel betrifft so diesen Wandel in der Denke sowohl von uns als Aktivisten, aber auch von Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, weg von Einzelmaßnahmen hin zu einem flächigen Denken, sage ich mal. Also Einzelmaßnahmen meine ich, eine Kreuzung sicher machen, gegenüber halt alle Kreuzungen im Kiez angucken. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das Friedrichsrein-Korzberg zusammen mit Fixmeer Berlin gemacht hat. Da geht es um das Thema Schulwegssicherheit. Das ist insofern anders als viele andere Schulwegssicherheitsprojekte, als dass sie halt den Spieß umgedreht haben. Es geht nicht darum, wie passt sich das Kind dem Auto an und dem findet den sicheren Weg, sondern wo wohnen denn die Kinder, wo sind die Schulen und wo würde denn der Routing-Algorithmus den optimalen Weg berechnen. Und das kann man sich dann halt anschauen. Wo sind Flächen, die besonders viel dann durchlaufen würden? Wo gibt es schon Infrastruktur wie Ampeln oder Zebrastreifen, die eine gewisse Sicherheit geben? Wo gibt es, wo fehlen die Infrastruktur und dann kann man halt anfangen, seine Unterhaltungen erst mal zu gewichten. Man kann das nutzen als Planer, um in die Unterhaltung zu gehen mit Anwohnern und Schulen. Aber man kann natürlich auch insgesamt seine Umsetzungsplanung dadurch beschleunigen. Im besten Fall hat man irgendwann einen Regelplan und muss nicht jede Kreuzung einzeln gestalten, sondern kann da ein Standardverfahren anwenden. Ein weiteres Beispiel wäre eine Auswertung, die Alex mal nebenbei gemacht hat. Wir haben sehr detailliert in Neukölln das Fußwegenetz erfasst. Und sobald man solche Daten mal hat, kann man natürlich auch Dinge sichtbar machen, die sonst eher unsichtbar sind. Hier geht es um das Thema Qualität der Gehwege, der Oberflächenqualität und Qualität von Kreuzungen. Und da könnte man noch eine Menge weiter draus machen. Weil wir halt die Daten jetzt gemeinsam vorliegen haben und eine Analyse, die wir hier einmal gestalten können, auch der nächste Ort wieder nutzen. Wieder Thema mitmachen. Was brauchen wir, um solche Sachen zu machen? Wir brauchen ein gutes Gehwegenetz. Das ist etwas, was in OpenStreetBand noch nicht so etabliert ist. Aber was man durchaus erfassen kann. Achso, wir brauchen ein gutes Fußwegenetz. Und wir brauchen dabei die Gehwegeübergänge. Wir brauchen Daten zu Schulen. Da gibt es von MapComplete einen eigenen Editor, nur um Schuldaten gut zu erfassen. Daten zur Beleuchtung sind da auch interessant. Nächstes Thema, Fahrradständer. Fahrradständer ist erstmal ein Datensatz, der vielleicht ein bisschen langweilig klingt. Aber wenn man sich Fahrradständer so aus der Verkehrswende anguckt und strategisch einsetzt, wie hier in diesem Beispiel, dann haben sie zwei große Vorteile. Also zum einen bringen sie Sichtbarkeit des Fahrrads ins öffentliche Straßenland. Und zum zweiten schützen sie hier eine Kreuzung, die Sichtachse, sehr effektiv. Man könnte auch da wieder glauben, dazu muss es doch Daten geben. Aber auch da ist unsere Erfahrung nur punktuell, nur nicht in der Fläche. Es gibt hier so ein schönes Beispiel, dass niemand weiß, wie viele Fahrradbügel in der Stadt überhaupt vorhanden sind. Das Problem haben auch andere. Es gibt hier die Infostelle Radparken am Bahnhof, die unter radparken.info ein Projekt gemacht hat, wo sie nicht mit oben Streetmap, aber losgelöst die Community aufgefordert hat, in der Umgebung des Bahnhofes Fahrradbügel zu kartieren oder die Daten zu verbessern. Weil halt hier auch eine Datengrundlage fehlt, um auch da wieder eine Gewichtung vorzunehmen, mit welchem Bahnhof muss ich eigentlich als erstes sprechen, wo ist der Bedarf am größten und wo gibt es welche Infrastruktur. Ein anderes Projekt ist hier Radbügel Aachen, wo eigentlich zwei andere Dinge passieren, nämlich einmal können Bürger einen Bedarf melden und Planerinnen können dann darstellen, was sie gebaut haben. Aber hier können wir uns wieder sehr gut vorstellen, finde ich, wenn es dann einen guten Datensatz zu Radbügeln gibt, dann kann das die Planungsprozesse beschleunigen, weil man nicht mehr um jede Kreuzung, jedes Gebiet einzeln ablaufen muss, um zu sehen, ob da nicht um die Ecke nochmal wieder was steht. Das BB-Navi hat eine schöne Funktion, da kann man sich direkt zum Radbügel-Route routen lassen. Ein Beispiel für die sekundären Nutzen, der dann entsteht. Genau, so wie könnt ihr da mitmachen, also auch hier wieder Street Complete hat dann Quest zu, aber da der Datensatz von Fahrradbügeln gar nicht so kompliziert ist, kann man das gut auch mit dem ID-Editor oder mit GoMap machen. Map Complete hat ein eigenes Theme, ihr könnt hier reinklicken, was Neues anlegen oder die bestehenden ergänzen. Und ein wichtiger Faktor dabei ist auch immer dann das Thema Vollständigkeit, wie viel habe ich sie denn jetzt alle in meinem Kiez, in meiner Umgebung und dafür haben wir ein Tool gebaut in der Community, das Open Data Datensätze abgleicht. Also hier seht ihr die roten Bügel, die sind noch nicht in OpenStreetMap wahrscheinlich, wahrscheinlich sind sie da, das gilt es halt zu kontrollieren. Alle anderen haben wir schon eingetragen und das kann einem sehr helfen, den nächsten Spaziergang dann zu richten. Wenn ihr also OpenStreetMap, wenn ihr Open Data-Sätze dazu findet, meldet euch gerne und das können wir damit abgleichen. Nächstes Beispiel, da geht es mir darum, unsichtbare Mängel sichtbar zu machen. Wenn wir uns das hier mal als Radnetz vorstellen, ein Beispiel hier aus Köln, was kürzlich über Twitter ging, das ist ja ein typisches Radnetz, nämlich kein Netz. Und das ist aber wiederum etwas, was aus meiner Sicht viel zu unsichtbar ist in den Daten, die es so gibt. Vor allem, wenn man da noch Qualität von Netz daran einbringen möchte. Berlin hat ja, wenn man sich die Anzahl Kilometer anguckt, schon ganz gute Kilometerzahlen, aber wenn man dann die Qualität dieser Radwege zum Teil anschaut, dann würde ich die halt gerne rauswerfen aus so einem Datensatz. Hier hat jemand in Ottawa vor ein paar Jahren ein sehr spannendes Projekt gemacht. Ihr seht hier oben vier Kategorien. Blau ist die Kategorie, die er geeignet für Kinder nennt und rot ist die Kategorie, wo er sagt, ich sage jetzt mal Kampfradler. Und so hat er jetzt hier sein Gebiet erfasst und kann jetzt sagen, man kann jetzt hier so ein bisschen das Radnetz erahnen. Aber jetzt sieht man wieder die Chance, die da drinsteckt, so eine Datenbank wie OpenStreetMap zu nutzen für die Datengrundlage, weil wenn man diese Daten ja mal drin hat, hat man sie auch routenfähig. Also kann ich jetzt eine Routen-Software darüber legen und kann jetzt hier sagen, ich bin jetzt hier in Kategorie Kampfradler. Ich möchte hier von Punkt A nach B routen und das mache ich in 13 Minuten. Sein soweit. Jetzt gehen wir die Kategorien mal durch und jetzt sind wir bei 16 Minuten, 18 Minuten und fast 60 Minuten, wenn ich mit meinem Kind fahren möchte. Warum? Weil halt wahrscheinlich hier an zwei, drei Kreuzungen halt irgendwelche Übergänge fehlen, die diese Straße einfach völlig ungeeignet machen als Strecke, wo ich mit meinem Kind fahre. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die total unsichtbar ist in Radnetzen, wenn ein Netz von A nach B halt an ein oder zwei Stellen, naja, lebensgefährlich ist, dann mache ich damit die gesamte Route kaputt und dann werde ich auch niemanden zum Fahrrad, zum Umsteigen bewegen, weil diese Strecke einfach ungeeignet ist. Und das ist etwas, was man sichtbar machen kann, wie man hier sieht, auch noch in anderen Visualisierungen. Hier ist so eine isochrone Darstellung, also hier ist wieder das Kind, das kommt halt hier nicht rüber, deswegen hat das in 15 Minuten, glaube ich, hier unten steht es, 15 Minuten kann das hier so in diesen Bereich rein. Der Kampfradler hat ein wesentlich größeres Spielfeld. Es gibt ja verschiedene Software inzwischen, die diese 15 Minuten Start darstellt und auch solche Visualisierungen bildet. Und wir brauchen halt dafür eine Datengrundlage, die so feingranular ist, dass sie uns halt erlaubt, diese Unterscheidung auch zu machen. Weil viele der Projekte, die ich da bisher kenne, machen halt einfach nur eine Route, also nur in Anführungsstrichen machen ein Routing, ohne halt zu schauen, ja, wie sicher fühle ich mich denn oder wen würde ich denn da eigentlich auf die Straße lassen. In Berlin gab es oder gibt es auch so ein Projekt, den Happy Bike Index von Fixed by Berlin. Inzwischen ist diese Ansicht, die ihr hier seht, nicht mehr so online, weil die Datenbasis fehlt. Das ist so eins der nächsten großen Projekte für mich, dass wir in Berlin halt wirklich auch über ums Readmap die Daten ranholen und sowas dann auch wirklich darstellen können. Dafür braucht es einen durchaus detaillierten Datensatz. Also wir haben das mal dieses Projekt von Ottawa einfach mal laufen lassen in Berlin und irgendwie ist halt Berlin grün und das entspricht nicht meinem Gefühl im Straßenland. Und ich vermute, dass es auch daran liegt, dass einfach die typische Straße, die typische Wohnstraße in Ottawa hat eine andere Breite, andere Parksituation, als wir das hier in Berlin haben. Also wir brauchen Daten, die zum Beispiel ausdrücken können, ob das eine Protected Bike Lane ist und auf welche Art sie Protected ist. Wir brauchen im besten Fall Daten zur Radgeometrie. Wie oft werde ich hier wieder um Bäume oder Pumpen geschwenkt, geleitet? Und dann natürlich solche Standarddatensätze zu breiten Parkplätzen, Spuren, Höchstgeschwindigkeiten. Alles Daten, die so komplex nicht zu erheben sind, wenn ihr anfangt spazieren zu gehen, das iPhone rauszuholen und euer Umfeld halt digital abzubilden. Ja, also wir können mit guten Daten die Verkehrswende beschleunigen. Das ist eigentlich meine Botschaft hier. Und zwar für mich in vor allem drei Ebenen. Wir können eine Grundlage schaffen für Planungen, um Planungen zu beschleunigen, indem wir in dieser Story Radnetz verschiedene Daten miteinander verknüpfen und quasi als Informationslayer übereinander legen. Wir können Mängel sichtbar machen, wie der Happy Bike Index oder das Beispiel aus Ottawa, wenn es um die Netzwerkbetrachtung geht. Und wir können in dieser Denke, in die Fläche zu gehen, eine Grundlage schaffen, die Planung beschleunigt und auch ein bisschen datengetriebener macht. Das alles können wir aus meiner Sicht hervorragend mit OpenStreetMap machen, eben weil es unser gemeinsamer, ich sag jetzt mal, deutschlandweiter Datensatz sein kann. Es bietet uns eine gemeinsame Spezifikation, also so Umfeld abzubilden, dafür sich Spezifikation auszudenken, ist kompliziert. Das ist eine komplexe Sache. OpenStreetMap hat da viel von gemacht. Es gibt eine Menge schon Tooling dafür und wir können das auch gemeinsam weiterentwickeln. Die Daten sind da, um sie zu analysieren. Einige Analysen wie Parkraum haben wir schon angefangen. Und das Schöne für mich daran ist, ob das jetzt die Ortsgruppe ist, die halt ihr lokales Radnetz in der Kleinstadt analysiert oder man das halt auf ganz Berlin oder ganz im ganzen Bundesland skaliert, macht im Grunde dann keinen Unterschied, weil das Verfahren und die Daten sind die gleichen. Ja, deswegen meine Aufforderung, fangt bitte und gerne an, euren Kiez zu mappen. Probiert die Software mal aus, kommt gerne in unser Meetup mal rein. Auf unserer Wiki-Seite findet ihr mehr Informationen, auch zu der Frage zum Beispiel, wie könnte man denn Gehwegübergänge mappen und all solche Details. Und das ist meine OpenStreetMap-Story und jetzt haben wir noch was Zeit für Fragen. Dankeschön. Vielen Dank, Tobias. Ich finde es ja super spannend, dass man da auch immer wieder selber mitmachen kann. Und ich schaue mir StreetComplete auf jeden Fall mal an. Direkt dazu mal eine Frage. Also bei uns in der Stadt soll, ich komme nicht aus Berlin, aus einer anderen Stadt, soll demnächst, die Stadtverwaltung hat da beschlossen, werden Autos ausgestattet mit speziellen Handys und die fahren dann durch die Stadt und die machen dann mit Bilderkennung. Erkennen die dann Straßenschäden und dann können sie die Straßenschäden mappen und dann praktisch feststellen, wo muss man was an der Straße fixen. Ich würde mir das ja total gerne wünschen, dass ich einfach vorne an mein Fahrrad oder an mein anderes Verkehrsmittel, mit dem ich gerade unterwegs bin, mein Handy klipse, das auf Kamera aufnehmen gehe und dann durchfahre und dieses ganze Tagging automatisch passiert mit Bilderkennung. Wie weit Zeiten ihr da schaut? Das ist ein langer Weg. Also erstmal eine Fotobasis zu schaffen für die Stadt ist eine der ersten Sachen, die ich einer lokalen Community empfehlen würde. Ich würde empfehlen, Mapillary dazu zu nutzen. Einmal das Geld zu sammeln für eine 360-Grad-Kamera und dann einmal das Radnetz abzufahren, weil das ermöglicht viele dieser Mapping-Aufgaben halt auch vom Sofa aus zu machen. So ist der Begriff im OpenStreetMap-Lingo für das Sofa-Mapping. Aber man hat dann halt eine sehr, sehr gute Datenbasis durch diese 360-Grad-Bilder und wir haben in Berlin das Glück, dass wir da eine große ehrenamtliche Gruppe haben, die solche Bilder ranholt und das hilft uns an sehr vielen Stellen. Das Übersetzen aber von dem, was ich sehe, hin zu Text, das ist aus meiner Sicht noch eine ganze Weile ein manueller Vorgang. Es gibt ein paar Beispiele, wo da KI-gestützt Automatismen stattfinden und die sind auch total fein. Aber ich denke, das, was ich hier gezeigt habe, das wird so schnell keiner ersetzen können und die Chance, die wir ja halt haben, ist immer halt auch den manuellen Prüfprozess halt mit drin zu haben. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung, eine Chance, die OpenStreetMap hat im Vergleich zu vielen dieser Einmalbefahrungen, ist halt ein kontinuierlicher Update-Prozess. Ja, also so werden wir das auch für dieses Beispiel des Parkraums bauen. Wenn ihr jetzt losgeht und euren Kiez hier mappt, dann wird morgen halt der neue Datensatz prozessiert sein und wenn ihr da eine neue Ausfahrt gemappt habt, dann ist halt da jetzt kein Park in das Auto mehr. Und das ist halt diese ständige Aktualisierung und dieser klare, einfache Aktualisierungsprozess, der dahinter steckt, ist etwas, was meines Wissens keine Verwaltung und keine andere Software gerade mitbietet. Ja, was total wichtig ist. Alles klar, danke schön. Gibt es denn Fragen an Tobias? Vielen lieben Dank für den spannenden Input. Ich frage mich, wie das praktisch aussieht, weil du meintest, okay, jede Person kann das mit dem Handy. Was genau machst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel solche Mängel im Radnetz genau erfassen willst? Dankeschön. Also OpenStreetMap hat ein sehr spannendes Henne-Ei-Problem. Man macht Visualisierungen und Analysen erst, wenn Daten da sind, aber Daten sind erst da, wenn jemand eine Analyse gemacht hat und man weiß, wofür man sie macht. Wir haben jetzt in diesem Parkraumprojekt halt diese Prozessierung ans Laufen gebracht für Berlin, dass man halt, wenn ich heute tagge, das morgen sehen kann. In einige der Standardvisualisierungen, wie zum Beispiel dieser Radnetzkarte oder der Fahrradkarte würde ich, wenn ich heute Radnetz erfasse, das auch zehn Minuten später sehen oder eine Stunde später. Aber da haben wir schon auch noch einiges an Weg vor uns, dass wir halt solche Visualisierungen, zum Beispiel diese Themenkarten, die ich gezeigt habe aus dieser Kommune südlich von Berlin, dass wir solche Visualisierungen einfach jetzt auch für uns alle verfügbar machen. Da arbeiten gerade verschiedene Gruppen dran, unter anderem auch die Firma, für die ich beruflich arbeite. Und wenn wir das weiterentwickelt haben, dann kriegst du direktes Feedback. Du hast dann erfasst, hier ist ein Radweg, was weiß ich, auf dem Gehweg, ein geteilter Geh- und Radweg. Und dann ist der nach ein paar Stunden oder morgen dann erfasst oder sichtbar in der Karte. Ansonsten müsstest du jetzt erstmal sozusagen so arbeiten, dass du einfach in den Software rein editierst und dich darauf verlässt, dass die Daten gespeichert sind und verfügbar sind. Und das Feedback gibt dir die Software direkt. Also du gehst in jetzt StreetComplete rein, klickst das Wege-Segment an und wirst dann da durchgeführt. Dann fragt dich dann, ist hier rechts ein Fußweg? Kannst du sagen, ja, nein oder separat erfasst? Der zeigt dir die Karte, der gibt dir Bilder dazu, wie man das erfassen kann und führt dich dabei, das zu erfassen. Und bei der anderen Software wie dem ID-Editor, da muss man sich halt ein bisschen mehr reindenken, aber auch kein Hexenwerk. Ja, erstmal auch vielen Dank von meiner Seite. Wie groß ist denn das Interesse von Städten selber, OpenStreetMap jetzt für ihren Bedarf zu nutzen? Also ich komme aus Hamburg, da gibt es irgendwie Dataport und da ist nur irgendwie alle Restriktionen immer manchmal recht schwer nachvollziehbar. Genau, hätte mich einfach mal interessiert. Auch gerade was die Verfügbarkeiten eurer Services angeht zum Beispiel. Ich glaube, um an den Punkt zu kommen, dass zum Beispiel auch Verwaltungsmitarbeiter offiziell auf die Daten zugreifen, das sind noch ein, zwei Schritte mehr zu gehen. Da kommt man in die Fragestellung, wie aktuell sind die Daten, wie vollständig sind die Daten und die zu beantworten, erfordert wieder noch mehr Prozessierung und mehr Visualisierung. Aber ich weiß, dass inoffiziell sehr gerne auch mit OpenStreetMap-Daten gearbeitet wird, weil inoffiziell haben viele Verwaltungskolleginnen und Kollegen da ja nahezu, also sie haben nur verschiedene Datensätze in ihrem offiziellen, offiziell zur Verfügung, die verschiedene Altersstufen haben und auf verschiedene Arten falsch sind, sage ich mal. Und dann greift man natürlich gerne auch auf OpenStreetMap-Daten zu. Also die Bereitschaft, glaube ich, ist schon da, aber um es wirklich offiziell zu machen, muss noch mehr Tooling auch ran. Genau, und was das Veröffentlichen von eigenen Daten angeht, die die Ämter halten. Ja, dann kommen wir in diese ganze Open Data Story rein. Da wiederum ist Hamburg ja ganz gut am Start, meines Wissens. Also als Community für viele der Sachen, die wir hier im Parkraum, zum Beispiel in Berlin machen, sind wir sehr dankbar für alle Open Data, die der Senat hier oder die Bezirke uns geben, weil sie erlauben uns halt, OpenStreetMap wiederum zu kontrollieren. Und damit diesen einen gemeinsamen Datensatz halt zu verbessern. Ja, also wir haben zum Beispiel den Open Data Datensatz genommen von Zebrastreifen, haben den abgeglichen mit OpenStreetMap, haben festgestellt, gut, in dem offiziellen Datensatz ist da auch mal irgendwie 100 Meter Versatz drin. Aber, und manche fehlen den OpenStreetMap, ein paar haben wir nachgetragen, ein paar haben wir halt nicht verändert. Aber auf die Art und Weise können wir jetzt mit mehr Sicherheit sagen, wir haben für Berlin Zebrastreifen ziemlich sauber erfasst. Und dafür sind solche offene Datensätze total wertvoll. Und ich wünsche mir sehr, dass das einfach mehr zum Standard wird, dass sowas veröffentlicht wird. Das hängt halt sehr stark vom einzelnen Mitarbeiter häufig ab und meiner Beobachtung nach gibt es selten bisher Standardprozesse, um das, sage ich mal, zum Standard zu machen. Danke. Ja, auch danke für den Vortrag. Du sagtest gerade, Berlin sind alle Übergänge erfasst. Wäre es dann irgendwie möglich, mit dem Amt zusammenzuarbeiten, dass sozusagen die nächsten Fußgängerüberwege planen, sodass ihr die Daten direkt vom Amt bekommt oder so? Gibt es da eine Zusammenarbeit? Das ist so eins meiner nächsten Etappenziele. Das Schönste wäre natürlich, die Kollegen würden sich da nach der Planung, die würden sich ein OpenStreetMap-Account machen, einfach eine Notiz setzen. Man kann ja öffentlich Notizen setzen und sagen, diese Planung ist jetzt, also ist jetzt umgesetzt. Dann weiß ich genau, wo das ist und muss nicht aus einem Open Data Datensatz, der Hausnummern präzise ist, mir das georeferenzieren und dann da vorbeilaufen und mir das dann angucken. Das wäre schön, ja. Das hängt an einzelnen Verwaltungsmitarbeitern und daran, dass sie die Chance darin sehen und auch verstehen, wie es geht. Ja, da haben wir bisher auch in Berlin noch keine Beispiele für, dass das rund läuft. Aber wäre super. Ja, danke schön. Ich habe schon öfter mit OSM-Daten gearbeitet und finde es super und habe jetzt auch endlich mal Lust, selber dazu beizutragen. So für mich als bisher Außenstehende habe ich die OpenStreetMap-Community bisher sehr als weiß und männlich gesehen. Mich würde interessieren, was du als Insider dazu sagst und was es vielleicht auch innerhalb der Community für Bestrebungen gibt, die Menschen, die dazu beitragen, irgendwie diverser zu machen und ja, weil wir ja auch in dem Ottawa-Beispiel gesehen haben, gerade für Kinder, die haben spezifische Bedürfnisse und so geht es ja vielen Gruppen. Das würde mich noch ein bisschen interessieren. Ich weiß, dass es auf, sage ich mal, weltweiter Ebene in der OpenStreetMap-Community da Projekte gibt, die adressieren, dass es so ist, wie du sagst, nämlich viel männlich, viel weiß. Für mich selber habe ich ein anderes Projekt. Ich versuche jetzt selber, die Daten ranzuholen und andere zu motivieren. Wir haben kein detailliertes Projekt, das sich damit in Berlin beschäftigt. Weitere Fragen an Tobias. Da kommen noch Nachzügler. Habt ihr Fragen an Tobias? Nein, ihr möchtet aber bestimmt bei OpenStreet mitmachen. Jetzt gehen sie wieder raus. Okay, jetzt hast du noch eine Chance, einen Werbeblock zu machen. Das war ein kompletter Werbeblock gerade. Also probiert es gerne aus. Es gibt eine Menge auch Ehrenamtler, die halt auch wahrscheinlich in eurer Region aktiv sind. Das sind auch Menschen, die hohes Interesse daran haben, diese kleinen Erfassungen zu machen. Also da zieht ja auch in einem bestimmten Schlag Menschen an, aber die meisten davon sind sehr nett. Und tretet einfach da in den Austausch und man muss es ein bisschen lernen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass das Potenzial davon aber enorm ist. Ja, da habe ich gerade eine Frage. Gerne. Habt ihr denn einen Tag für OpenStreetMap-Communities in meiner Umgebung? Auf Twitter oder so? Nee, auf OpenStreetMap. Nee, genau. Da kommen wir in die Frage, was ist auf OpenStreetMap? Das wäre ja ein nicht verifizierbares Objekt und deswegen gibt es das nicht. Okay, alles klar. Noch einmal großen Applaus für Tobias und für eure Anstrengung und für das Bereitstellen von tollen Datensätzen, die wir ja gerade gehört haben, nicht unbedingt den offiziellen Datensätzen nachstreben müssen. Und ich darf euch als Herald noch einmal daran erinnern, wir haben später die Abschlussveranstaltung in Ahorn, nicht in Ader, hier im Hauptgebäude. Die Garderobe hier dürft ihr auch demnächst zumachen. Also falls ihr noch was im Hauptgebäude in der Garderobe habt, nehmt es bitte raus. Ihr könnt es in ein Mathegebäude in die Garderobe auch packen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und noch einmal Applaus für Tobias.